Tag zuerst, maboy. Kannst du reinzoomen? Ja. Session. Oh, jetzt hat sich meine Sense verstellt. Ich raste aus. Jetzt hab ich keine Ausreden mehr. Schlecht. Vomine. Vomine? Hä? Wir sind pinched! Du startet mit Double Windturbine. Nein, man startet mit Triple Windturbine. Hä? Was? Wie spielst du denn? Pinch? Immer so. Was? Wer? Warum? Ich? So. Darum. Ich so. Darum. Oh, nee. Denk dran, du kannst dir 6 Bienen platzieren, ne? Ohne sogar den Balken zu verkaufen. Also insgesamt 7. Aber 6 reichen, ja. Normalerweise. Ich mach mal F8 dann, um einfach mal so ein bisschen Timer zu haben. Und ich guck mal rüber. Also, Bottom Base geht Nukes. Das seh ich von hier. Das ist Safe Clippy. Lass mal Sniper Arassment machen. Äh. Okay. Haben die irgendwas an der... Also, mein Attacker wird schneller. Ist es wirklich schon so spät? Mann. Ja, ne. Ich seh da wirklich keine Nukes kommen. Ja, die kommen ja gleich erst so. Dauert noch ein bisschen. Oh mein Gott, ich hab... Oh, sorry. Ach, egal. Bau ich wieder. Oh, was? Steff? Ja. Ja, wir beruhigen uns doch. Okay, da kommt eigentlich kein Attack. Keine Nuke. Keine Nuke, ja. Aber ein Attack kommt auch nicht. Also nicht von mir. Ja, die Windturbine, die kriegen wir doch. Safe. Raus. Weg damit. Ja, aber wir warten wieder. Boah, so gar nicht warm gespielt ist doch echt nicht ohne. Ist nicht so geil, ne? Der hat auf jeden Fall schon geilere Sachen im Leben. Ich geh jetzt dann auch nicht für Howie, ich geh für Cannon. Was? Also erstmal. Warum? Wir haben sie bekommen, Steffen. Ich sag's, wie es ist. Das war safe. Unser Nerfiger Spam. Es war Leon. Es war Leon. Oh mein Gott. Oh no. Hey, warum? Ich find es... Mein Schüler. Ja, wie gesagt, es ist dein Schüler. Er hat die Stabilität. Ich hab ja gesagt, er ist zu nervös. Ja, das müssen wir gleich... Er muss ihm gleich direkt sagen. Dass er nicht zu nervös sein soll? Ja, dass du als Meister natürlich sofort gesehen hast, dass er zu nervös ist. Und dass es sich jetzt quasi bestätigt. Oh, Upgrades. Was? Zwei Upgrades. Ich seh keine Nukes. Also können da Mörser kommen? Oder Rockets. Aber Rockets... Oh ja, oh, ich baue so dumm, ne? Nice. Geht's doch. Ich baue aber gerade auch... Ich bin auch noch nervös. Also das muss ich dazu sagen. Warum nervös? Ich bin nicht nervös, ich bin einfach auch überhaupt nicht warm. Ich war gestern ja auch nicht nervös, dann war auch schlecht gespielt. Ja gut, das ist... So ein Ding. Du baust so witzig, ne? Ja, kommt. Dauert jetzt noch ein bisschen? Erstmal habe ich keinen Einsatz bereit. Ja. Oh, mir fehlt noch eine Batterie, actually. Der schießt mit einer Buster genau auf die falsche Box. Bei mich. Ah, ein bisschen zu... Ein bisschen zu... Also ich habe schon ein bisschen Angst, dass da... Angst? Warum? Die Top Base kollabiert doch gerade. Wovor hast du Angst? Howie ist unterwegs. Ist jetzt geplaced. Da kommt eine Menge Gunner. Also die erwarten den Howie jetzt. Aber das kann man natürlich dann schön wegsnipen, den Lachs. Ah, cool. Hat nicht den Winkel. Oh Gott. Top Base kommen auch Gunner. Ich würde auch selber... Also ich baue auch mal ein paar Gunner gegen Horvitzer. Kann ja kommen, theoretisch. Kommt aber erstmal eine Clenon. Hast du was? Ne, noch nicht. Zumindest nichts, was du mit arbeiten könntest. Nein, nein. Doch. Also mit einer Kinnung kann ich auch arbeiten. Ich habe jetzt eine Kinnung. Schieß mal los irgendwo hin. Jo, den habe ich. Okay, nice. Ich habe nochmal reingehalten für Research-Propositions. Oh, das war das Franzi. Sorry, Franzi. Sorry, Franzi. Wir sind sehr sorry, dass wir dir informieren. Ne? Dass du tot bist. Sehr sorry. Es ist ein Mädchen geworden. Herzlichen Glückwunsch. Aber eigentlich müsste es ja heißen, sie wäre im Arm. Aber naja, gut. Wollen wir nicht jetzt hier auf Kleinigkeiten rumhacken. Heutzutage ist da alles möglich. So, drei Windturbinen bottom bekommen. Oh, tschüss. Ist er offen? Die Windturbinen waren offen, ja. Ich fürchte, ich werde den Howie nicht durchbekommen. Oh, oh. Du solltest über deinen Firelazer Stuff bauen. Heißt Stuff? Mit Stuff meine ich, äh, Verteidigung. Mehr Waffen. Noch mehr Waffen. Ich gehe mal auf Top Base. Der ist zu unbeschwert da oben. Nein, nein, nein. Jetzt ist es, wenn ich da drunter halte. Und dann brauche ich erstmal weniger, ne? Oh. Da ist gut. Oh, ja, der ist richtig gut. Das ist aber, Steffen, entspann dich. Nein. Alter. Ich kenne da gar nichts. Best of Seven ist Best of Seven, ey. Richtig am Ausrasten, der Boy. War das bottom? Ja, ja, das war bottom. Bleibt noch top. Die Sache ist so, dass Leon zusammenbricht, das wird uns gleich nicht nochmal passieren. Deswegen müssen wir es halt jetzt ausnutzen. Also, das wird, das wird, das wird dem nicht nochmal passieren. Glaube ich nicht dran. Ja, drei Schuss haben wir getroffen. Schöner Feierbeck, Block. Junge, es ist ja on point. Wie Fahrradfahren ist das? Oh, ist zu hoch. Aber hat getroffen. Hat getroffen, fällt. Ja. Alle drei. Jawoll, Alter. Acht Minuten unter neun Minuten. Geiles Ding, Alter. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hoch, ne? Also, geplant ist, glaube ich, Best of 17, ne? Ja, ja, genau, genau. Schönes, schönes Warm-Up-Game, Leute. Mal kurz ein bisschen stretchen. Ich glaube, da hat jemand bei meinem Vorhang so eine Strebe weggezogen von euch. Was ist da passiert? Was ist da passiert, Leon? Was ist da passiert? Meine, ihr mit eurem doofen Sniper. Ich will Sniper verbieten vor Minute 5. Ich war so komplett raus und dann habe ich so eine komplette Stability vergessen. Dann habe ich vorne ein bisschen Defense bauen wollen. Dann machst du Krach und dann habe ich den Matteo gemacht. Dann machst du Krach und dann den Matteo gemacht. Aber es war ein Warm-Up, haben wir ja gesagt. Es war ein Warm-Up, jetzt geht es erst richtig los. Also, es zählt schon als 1-0, aber... Nein, das zählt noch nicht als 1-0. Also, ich will ja nichts sagen. Steffen hat halt einfach aus Versehen die falsche T2 platziert, dann verkauft und die andere platziert. Aber ich habe drei Leute geholt, ja? Ja, hat er gemacht. Bis zum nächsten Mal.